Jetzt haut das Boot! Ach komm, lass es fahren. Ihr habt doch genug Boote mit. Halt Leitern sparen. Hast du jetzt hier der zweite Leiter oder was? Nein, 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 nein. Das geht ja nicht mehr, aber ich muss, ich habe unten die unterste Leiter gespart. Sehr spaßig. Und? Kommst du zum Bisschen ganz oben? Keine Ahnung. Jetzt schätze ich, das ist eine gigantische Kuppel. Ja, das wäre natürlich, also das wäre mal scheiße. Aber nee, wir sind ja im Himmel, von daher kann es. Ach, wir haben ja kein Inventory-Tweaks drin. Ich hasse dieses Geräusch von Regen in Minecraft. Das ist so nervig. Das ist ganz toll. Das ist noch nerviger als du. Und Markus ist schon dafür. Toll, ich habe kugelfesch. Warte mal, ich mache mal ganz kurz hier. Also, das ist jetzt gerade mal irgendwie ein wenig scheiße. Ach, du bist ein wenig scheiße. Wir haben nämlich nur noch 34 Leitern. Und, kommst du rüber? Ja, das sind aber noch 50 Blöcke. Das ist das Problem. Ja, dann passt das doch. Nein! Fang mal an zu rechnen, ey. Ich bin besser in Matta als du, ja? Ja, ist mir scheißegal. Da muss ich mich mit Blöcken weiterhelfen. Das soll mir auch wurscht sein. Das Gute ist, hier drunter ist überall Dings. Toll, ich habe einen Bogen gefangen. Wieso schwimmt im Meer ein Bogen? Ich habe eine Insel gewohnt. Ich habe einen Bogen mit Power 3, Power Unbreaking und Flame. Infinity nicht? Boah, wenn der... Nee, das... Das werde ich nicht gern. Ja, ich hatte auch mal so einen guten... Mit Infinity? Nee, nicht mit Infinity, aber ungefähr die gleichen Sachen wie du jetzt. Boah, Infinity wäre echt Premium. Ich bin der König der... Hä? Held? Wie haben die so hoch gebaut? 56. Wieso kann ich hier keine Blöcke mehr setzen? Ach, egal. Oh. Wo ist halt immer? Entweder das ist jetzt gerade mal extremst scheiße oder hier auf der anderen Seite der Welt ist einfach gar nichts. Das wäre natürlich scheiße. Hm. Ich hätte vielleicht nicht mal ein ganzes Zeug mitnehmen sollen. Marco, ich hoffe, ich wünsche es dir, dass du wieder stirbst. Das wäre nicht das Problem. Ich habe in der Zeit nicht viel erreicht. Ach, ja, so und so nicht viel erreicht. Ja, das ist auch... Wieso ist Fischen so langweilig? Alles Wichtige, eine Truhe gepackt. Wie nur kein Brustbanzer und so weit mehr. Sag mal, wieso kann ich jetzt nicht einfach... ...ne Spitzzacke... Weil du dumm bist. Generell immer, weil du dumm bist. Ich bin schon dumm, wie ich auswählen. Dann bist du trotzdem noch ganz schön dumm. Aber ich kann sagen, ich bin wahrscheinlich einer der einzigen, der jemals diese Map besiegt hat. Ich bin einfach aus der Map ausgebrochen. Und hier ist gar nichts. Es sei denn, da lädt sich gleich noch. Wie, gar nichts. Ja, hier ist gar nichts. Hier ist nichts generiert drumherum. Es ist einfach... Null. Nur Luft. Ja. Hier gibt es doch nicht mal mehr oder sowas. Das ist hier wie Skyblock. Was habe ich jetzt gefangen? Ich habe Fishing Road mit Lure und Unbreaking. Ja, das ist gut. Das hatte ich nämlich auch. Ne, ich hatte nur Luck of Sea. Das ist Lure oder Lure. Keine Ahnung. Das ist Lure oder Lure. Man, exakt das, was wir nicht machen sollen. Wir sind ultra unproduktiv. Aber ich finde es trotzdem lustig. So. Ich bin jetzt schon wieder auf Höhe 200. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Wie lange soll das denn noch runtergehen? Google das gerade. Ah, da ist das. Ja, da musst du mal Verzauberung gucken. Minecraft Lure habe ich hier drin gegeben. Guck mal im Minecraft Wiki. Wieso stelle ich das nicht einfach auf Deutsch? Du bist grandios. Du bist echt, äh, ne? Köder. Das sind Köder. Das ist gut, weil dann hast du, dann kommen die Fische schneller. Okay. Ich befürchte, ich werde nicht mehr unten ankommen. Ich hoffe, dass du stirbst, Marco. Ja, sterben werde ich nicht. Also, das ist... Ja, okay. Scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Marco wird sterben. Marco wird sterben. Ach so, ich habe über... Wir haben übrigens bald keinen Koppel mehr. Wollte ich nur gesagt haben. Fick dich. Marco wird sterben. Marco wird sterben. Ach komm schon, das kann doch nicht sein, dass Fischen so langweilig ist. Ja, überleg mal, was ich hier gerade mache. Guck dir mal die Folge an. Das wird, glaube ich, die langweiligste Folge ever. Ja, ich habe wieder 50 Blöcke mich runtergebaut. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und ich glaube auch eher weniger, dass da unten wirklich noch irgendwas kommen wird. Weil im Moment habe ich noch die Hoffnung, dass das einfach nur nicht generiert wird. Will mich diese Scheißangeln eigentlich verarschen? Ja. Fisch dir jetzt die ganze Zeit nur Leder und sowas, oder was? Nee, ich fische, das geht nach unten, ich tücke und es kommt nichts. Das ist ein kühlter Scheiße. Und ich habe wirklich gedacht... Kannst du mal ganz kurz... Warte mal. Nein, Marco wird schieben nicht. Ach ja, stimmt. Hatten wir ja gesagt. Und da fange ich einen Kugelfisch. Aber immerhin einen Fisch. Ey, noch einen Fisch. Was für einen? Normalen. Ach, scheiße. Wie viel hast du denn jetzt? Ey, kann das ja in... Zwei, zwei. Zwei? Vier Stück? Meine Fresse, bist du langsam. Jetzt, ey, aber mit Leder geht das wirklich einen Tacken schnell. Jetzt habe ich schon den nächsten gefangen. Das ist ganz toll. Ich hatte gerade in kürzester Zeit acht. Fick dich. Du bist schlecht. Sieh es ein. Die Fische mögen dich nicht. Du magst doch nicht die Fische. Das stimmt, ich mache die nicht, aber die mögen dich nicht. Und ich mache dich auch nicht. Ey, ich habe Klaunfisch. Ja, aber das hat doch nichts mit dem Angeln zu tun. Das musst du mir jetzt mal erklären, Marco, oder? Das Angeln, da kann man nichts falsch machen. Ich hoffe mal, weil mir spawnt nix. Ich mache hier gerade das Unnötigste, was es ist. Ich werde mich gleich einfach wieder nach oben gehen und dann werde ich das ja so lassen, wie es ist. Weil ich hier nix finde. Und außerdem habe ich keinen Stein mehr. Ich brauche wieder die Neutral-Daten. Hattest du die nicht schon mal? Ja, aber mein PC löscht den immer wieder. Dann mach dir ne scheiß Textdatei. Hattest du die nicht schon mal? Was ist das Puppe-Schmerzen? Nein. Nein? Vielleicht bist du schwul. Nein! Heiß ich Kevin? Nein, schwul. Nein, ich schwul. Das war jetzt nicht nett von dir, Marco. Das fand ich lustig. Also ja, es war nett. Kann man so grob sagen. Es war nett gemeint. Wenn du einen erschießt und dann lachst, weil du sowas witzig findest. Ist das nett? Ich dachte, die andere verarschen. So, okay. Jetzt rennen wir ja einfach wieder hoch. Weil da unten eh nix mehr ist. Aber das Gute daran, ich habe hier gerade 100... 91... 95... 200 FPS! 200! Ich habe auf 60. 220... 223... 217... 222... 218... 213... 216... 208... 204... 208... 206... 215... Also mein Laptop schafft konstant 60. Schaffe ich auch. Dann schaffst du ja nicht. Ja, okay. Vielleicht kriege ich ja konstant 200 hin. Meine Fresse, ist das gerade nervig. Hä? Was habe ich? Nein, ich bin gerade außerhalb der Map. Hier ist nix zu rendern. Deswegen... habe ich auch so viel gerade. 200 FPS im normalen Spiel. Das wäre doch Irrsinn. Das schaffst du nicht mal mit 4 GTX getan. Nein. Nee, 200 FPS glaube ich nicht. Dafür ist Minecraft so ein bisschen zu scheiße programmiert. Also was heißt scheiße programmiert? Ja, eigentlich schon. Ja, siehst du das selber. Scheiße programmiert. Ja, es ist halt Java-Sandboxen und sowas. Das ist alles ein bisschen scheiße. Ich habe mein Boot wieder gefunden. Das war jetzt gerade echt Zufall. Ich springe fast direkt neben meinem Boot wieder ins Wasser. Marco, ich habe jetzt 10 Fische. Oh. Der hat gefischt. So, 100. Jetzt habe ich wieder 100 FPS im Schnitt. So. Da unten ist... Meiner lädt nur 60. Auf mehr hat er keinen Bock heute. Na, der ist doch ziemlich kalt. Der. Mein Laptop. Achso. Okay. Ich dachte schon. Ey, ein bisschen weiter links von unserem Haus. Da ist so Land. Ne, nicht Land. Ähm. Das ist das Scheißding jetzt einfach hier kaputt. Marco, wieso hast du hier so viele Bäume gesetzt? Okay, toll. Das Fisch droppt gar nicht. Ach doch, hier. Ja, damit wir endlich mal Holz haben. Meine Fresse. Weil ich will nämlich eigentlich da hinten noch weitermachen. Ich werde hier nochmal irgendwann hingeben, wenn ich Langeweile habe. Jetzt werde ich aber erstmal was Produktives machen. Also. Mich irgendwo dämmlich in der Ecke stellen. Das kannst du gut. Ja. Ich habe das Ende der Welt gesehen. Und das war nicht ernsthaft. Ey, ein Clownsfisch. Das macht doch bestimmt ganz komisch. Hast du den gegessen? Ja. Das macht gar nichts. Hast du Hunger bekommen oder so? Nee. Ja. Ja. Einen Balken mehr. Ey. Clown. Ey. Die machen Schaden. Na lass es. Nein. Du Arschloch. Mann. Mann. Mann kommt doch beim Dingsschaden immer nur auf ein halbes Herz. Ich hätte mal. Ich hätte die. Nein. Das hätte ich ja alles wieder gekriegt. Ich hatte ja wieder fast volle Hungerbalken. Meine Fresse, ey. Wahrscheinlich auch die Hälfte wieder runtergefallen. Die Zicken ist ja sicher. Hier liegt alles noch unten. Ach, guck mal. Hier geht es noch tiefer. Meine Fresse. Jetzt wird das nicht mehr irgendwo anders machen. Genau ausgerechnet an dieser Scheiß-Ecke. Jetzt versuche ich mal ganz kurz was. Das funktioniert tatsächlich. Ich glaube es ja nicht. Was denn? Ich habe einen kleinen Trick genommen. Wie man auch einfach unendlich unter Wasser atmen kann. Nämlich. Hier. Und der wer? Zeige ich dir. Komm mal her. Jetzt bleibe ich. Komm mal hier neben mich. Ich bleibe jetzt hier. Zack, zack, zack. Einfach mit dem leeren Eimer klicken. Zack. Hast du da voll links. Das ist wunderbar geil. Den habe ich jetzt ab sofort immer im Inventar. Falls ich mal irgendwie am Verrecken am dranbienen. So. Ja, das ist ja mega galaktisch. Ja. Den weißt du jetzt nur dank mir. So, der funktioniert nicht. Wieso? Der funktioniert aber nicht. Du musst irgendwie auch einen Block klicken, um den einmal wieder auszulernen. So. Beziehungsweise, glaube ich, er hat das Problem. Ähm, ja. Marco, unsere Felder tragen Früchte. Ähm, ja. Wo? Nein, meine Mutter hat keine Früchte. Fuck. Habt ihr kein Obst? Was seid ihr denn für ein Haushalt? Das ist aber nicht. Ich bin zwickert verabschiedet. Ich hab kein Obst. Ich esse zum. Marco, es ist Obst im Haushalt. Ob du nun blind bist... Ne, warte mal. Wie war das? Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht, ob du einfach nur blöd bist oder blind auf beiden Augen, aber es ist Obst im Haushalt. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Das ist die Scheiße gerade. Hast du noch Fisch im Ofen? Oder irgendwas anderes? Päuschen machen? Nö, Päuschen nicht. Marco, ein Päuschen. Niiiihihi. Oh, ich bin müde. Wir haben null Uhr. Da kann man doch noch nie müde sein. Das geht gar nicht. Doch, komm. Irgendwo noch was zu futtern? Ich werde mich jetzt erst mal von dem komischen verrotteten Fleisch ernähren. Gut. Ich werde jetzt... Ah, nee. Halt. Haben wir noch Eisen? Weil ich mache mir dann nämlich erst noch eine neue Eisenpickaxe. Weil die ist nämlich ein wenig im Ohr. Im Ohr. Im Ohr. Im Ohr. So, Sombol. Ich habe keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr. Du hast Bock zu haben. So. Also, wir machen jetzt TNT. Ja, mach mal TNT. Haben wir genug Schwarzpulver? Nein. Toll. Uns fehlt genau einer. Dann töten wir irgendwie einen Creeper. Das macht vielleicht Sinn. Das macht dann irgendwie Sinn. Ja, ich habe keine Pfeile. Mir ist egal. Allah'am... Vielen Dank.